Wir haben heute eine wichtige Etappe in Sachen Arbeit zur Begrenzung von Corona realisiert und darüber wollen wir Ihnen heute berichten. Insgesamt ist es ja so, dass die schwerste Pandemie seit 100 Jahren weltweit nach wie vor nicht begrenzt ist, dass wir nach wie vor weltweit sehr stark steigende Zahlen haben, dass wir im Schnitt pro Tag rund 250.000 bestätigte Fälle zusätzlich haben, mittlerweile weltweit 19 Millionen bestätigte Fälle, 700.000 Todesfälle und ich fürchte, dass wir in vielen Bereichen deutlich höhere Dunkelziffern haben. Das hören wir aus verschiedenen Regionen. Hauptpunkte und Hauptregionen mit den größten Steigerungen derzeit. Wie bekannt, da hat sich nichts verändert in den letzten Tagen. Die USA, Indien, Brasilien, ganz stark auch Südafrika. In Afrika mittlerweile über einer Million bestätigter Fälle. Und frühere Modellländer haben starke Steigerungen. Israel zum Beispiel, Singapur, Südkorea, Japan. Das waren die Länder, auf die wir im Frühling sehr, sehr stark geschaut haben. Und man sieht, es verändern sich die Situationen. Und selbst wenn man glaubt, in einer Region, es ist eine sehr stabile Situation vorhanden, kann sich das innerhalb kürzester Zeit drehen. Und ich habe deswegen eine nette kleine Kurve bei mir. Nicht nur für Karikaturisten, sondern generell wichtig, um es sichtbar zu machen, denke ich, Sie haben hier die epidemiologische Kurve Österreichs bzw. Israels. Und Sie sehen, Israel war hervorragend unterwegs und hat jetzt die Situation, dass es eine ganz schwierige Ausbreitung gibt, wieder im Vergleich dazu die österreichische Kurve. Aber ich sage das nicht, weil jemand besser oder jemand schlechter ist. Ganz im Gegenteil. Wir sind alle in derselben Situation vor ganz großen Herausforderungen, was die Pandemie betrifft. In der Europäischen Union selbst merken wir, dass diese erfreuliche Entwicklung der letzten Wochen im Juni, Juli sich leider in Teilbereichen wieder gedreht hat. Wenn man zu unseren Nachbarländern schaut, dann merken wir, dass es ein Land gibt, das zu meiner ganz großen persönlichen Überraschung und Freude wirklich sehr, sehr gut unterwegs ist. Das ist Italien. Italien ist nach wie vor stabil. Ich höre von allen, die Italien in den letzten Tagen bereist haben, dass es dort eine sehr, sehr konsequente Vorgangsweise gibt und ein sehr starkes Mitmachen der Bevölkerung gibt. Sie sehen hier die Steigerungszahlen. Das ist jetzt nicht repräsentativ, das ist nur die Steigerungszahl innerhalb von 24 Stunden, von 5. auf 6. 8. und da sehen Sie die Nachbarländer mit Italien in einem äußerst geringen Bereich. Da ist tatsächlich derzeit das Virus offensichtlich im Großen und Ganzen unter Kontrolle. Deutschland, zunehmend Diskussionen, auch neue Maßnahmen, die gestern von Jens Spahn angekündigt wurden, was Einreisebedingungen betrifft. Das ist in etwa das, was wir vor einer Woche realisiert haben. Die Schweiz auch in einer leicht zunehmenden Tendenz, Slowenien, Detto. Hier haben wir Österreich in etwa in der vergleichbaren Situation. Tschechien war sehr, sehr stark und gut unterwegs, hat jetzt wieder Zunahmen zu verzeichnen und das Gleiche gilt für die Slowakei. Das heißt, wir haben einen leicht steigenden Trend in der Europäischen Union mit unterschiedlichen Ausprägungen wahrscheinlich derzeit am stärksten, diese Ausprägung in Spanien. In Spanien haben wir denn doch recht stark steigende Zahlen in den letzten Tagen ein, zwei Wochen zu sehen und deswegen die Entscheidung des Außenministeriums aus epidemiologischer Sicht absolut nachvollziehbar, hier eine Reisewarnung mit Ausnahme der Inseln auszusprechen, die ab Montagfrüh dann Gültigkeit haben wird. Das ist die Situation. Wie schaut es in Österreich selbst aus? Wir sind in den letzten 24 Stunden bei 141 Neuinfektionen gewesen, haben im Vergleich dazu oder gegenüberstehend 94 Neugenesene. Wir haben eine sehr, sehr hohe Zahl von Testungen. Es waren in den letzten 24 Stunden 10.030 Testungen. Das müssen Sie immer auch natürlich in Relation sehen. Je höher die Testungszahlen steigen, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich mehr positive Fälle mit dabei habe. Das ist aber auch unser Ziel, dass wir jetzt sehr, sehr präzis und genau hinschauen, auch in Bereiche, wo es keine Symptome gibt, mit Screening-Maßnahmen, mit Screening-Testungen. Das ist auch eine Vorbereitungsmaßnahme für den Herbst. 1.427 aktiv Erkrankte in der augenblicklichen Situation in Österreich. Die Zahl der Hospitalisierten ist relativ konstant, leicht steigend, aber relativ konstant. Ja, das Positive ist in der aktuellen Situation in Österreich der mittlerweile berühmt gewordene Reproduktionsfaktor. Sie wissen, das ist die Kennzahl, die uns darstellt, wie viele Personen werden durch einen Infizierten im Schnitt angesteckt. Und da sehen Sie die Entwicklung seit dem 1. Juli. Mit 1. Juli waren wir relativ hoch bei 1,4. Und wir sind jetzt erstmals seit langer Zeit wieder unter 1. Das muss das Ziel sein, dass wir diese Entwicklung möglichst konstant halten und in diesem Bereich halten. Ab Schulbeginn beginnt jetzt dann eine neue Herausforderung. Jetzt haben wir Phase 3. In dieser Phase 3 über den Sommer müssen wir sehen und war zu erwarten, dass nach den großen Öffnungsschritten, nach den Grenzöffnungen, nach dem Comeback des Tourismus, dass es natürlich ein zunehmendes Risiko gibt und dass damit regionale Clusterbildungen zunehmen. Das war zu erwarten. Ich muss mich sehr, sehr bedanken. Die Gesundheitsbehörden machen da einen sehr guten Job im Augenblick, indem sie sehr konsequent die Clusterbildungen, die entstehen, die von der AGES auch analysiert werden und dargestellt werden, indem sie die gut begrenzen durch ein schnelles Kontaktpersonenmanagement. Wir haben das etwa im Bereich St. Wolfgang jetzt sehr präzis gesehen, wie das funktioniert, dass es funktioniert. Das ist das Entscheidende in dieser Phase. Viel testen, schnelles Kontaktpersonenmanagement, damit man Ausbreitungen unterbindet. Das ist diese Phase über den Sommer. Und ab Schulbeginn circa rechnen wir damit, dass die Phase 4 beginnt. Die Phase 4 ist eine große Herausforderung. Die wird jetzt einige Monate dauern. Es ist keine Angelegenheit auf zwei, drei Wochen, sondern wir gehen davon aus, dass sich die ziehen wird, bis zum Vorliegen einer Impfmöglichkeit, die breit dann ausgelegt werden muss. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es diese Phase 4 geben. Was bedeutet Phase 4? Das bedeutet mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mehr Fälle. Das bedeutet nämlich ein höheres Risiko, weil wir wieder indoor sind, weil indoor das Ansteckungsrisiko ein größeres ist. Und darauf wollen wir uns jetzt sehr, sehr intensiv einstellen. Die große Herausforderung ist, wir wollen mit aller Kraft eine zweite Welle vermeiden und alles tun, was sozusagen die Eigenschaft eines Wellenbrechers hat. Das ist das Ziel mit einem ganzen Bündel von Vorbereitungsmaßnahmen. Da haben wir einerseits die Arbeit der regionalen Gesundheitsbehörden,